wir begrüßen euch ganz herzlich zu dem live video das ist ja heute wie ihr es mitbekommen mein geburtstag und es ist mein birthday und wir zelebrieren jetzt mein birthday hier Heinz und ich wir feiern den geburtstag gemeinsam in dem wissen in dem reinen wissen und da hat der Heinz ganz schöne stellen herausgefunden aus der wissenschaft vom sein die er mir gerne zu meinem geburtstag schenken möchte ja ein wissensgeschenk ein wissensgeschenk da möchten wir euch daran teilnehmen lassen so for everyone who likes to participate in the knowledge the birthday knowledge which i get from Heinz from the philic science also from science of being so Heinz will start now and give me my present present of the highest knowledge yeah it's uh you know i i know that you like uh marisch's book the science of being and the art of living so i have found a place it's about how to reach cosmic consciousness i mean i know that's nothing new for you yeah but very important for so many people who have no idea uh what that is you can actually find it in the in that um in that book of maurice here so it starts with this thing here this uh drawing is it on both videos yeah yeah begin also mit dieser zeichnung hier uh look this here and these are the the bubbles the bubbles of thought yeah and it's these waves the waves on the surface also the wellen auf der oberfläche und die gedankenblasen and what's important what i pointed out to peter is this thing here this waves going down to the depths of the ocean and that's that's the topic here das ist also das thema die wellen der gedanken der aufmerksamkeit die bis auf den grund des ozeans des seins gehen ja and if you do not notice them if you if you ignore them that the waves can go to the to the bottom of the ocean yeah then you are ignoring cosmic consciousness that's what's happening in cosmic consciousness im kosmischen bewusstsein gehen also die wellen bis auf den grund des ozeans and here is a quote from the book page 112 that which that's the old version 112 that and it's about thinking and and being yeah cosmic consciousness is you can think and you can be in the state of being simultaneously yeah so he says thus the conscious mind is either engaged in the process of thinking or in the transcendental state of pure being that so that's before cosmic consciousness either or yeah thinking is therefore like a challenge to being also das denken ist wie eine herausforderung für das sein ja wenn jemand noch nicht dieses kosmische bewusstsein hat und das ist etwas was wir immer wieder erleben ja das merken wir bei so vielen menschen die können sagen entweder denkst du oder bist du also versuchen sie das denken abzuschalten ja um nur noch zu sein ja und das ist ja bei marischi kein gegensatz das sagt er jetzt dann ist es ist also nur weil aus mangelndem training ja weil er nicht trainiert ist dass er beides haben kann ja simultaneously also gleichzeitig generally speaking the mind's ingrained habit also habit ist die die angewohnheit des geistes ja of usually remaining in the field of thinking is a reason weil der geist immer im bereich des denkens bleibt das ist der grund ja it's the reason why the process of thinking appears to be opposed to the state of being das der grund warum dieser dieser vorgang des denkens erscheint als wäre er dem zustand des seins entgegengesetzt es erscheint nur so wenn by the practice of transcendental meditation the conscious mind reaches the source of thought wenn also die quelle der gedanken erreicht das hast du ja oft besprochen ja and becomes familiar with the state of being und wird vertraut mit dem zustand des seins dann ist dieser zustand des seins so glücklich und harmonisch ja that the mind will not part with it er wird sich davon nicht mehr trennen der geist wird sich von diesem bliss von diesem von dieser glückseligkeit und dieser harmonie nicht mehr trennen an der ende circumstances egal egal was er wird sich auf keinen fall davon trennen ja er bleibt da ja it is then that the nature of the mind is transformed into the very nature of being und das ist ein ganz wichtiger satz dies hier nochmal vorhin it is then that the nature of the mind is transformed into the very nature of being dann wird die natur des geistes umgewandelt in the very nature also die eigentliche natur des seins ja er wird transformiert so that so auf diese weise also while yet remaining a thinking mind weil während er also ein denkender geist bleibt ja it is naturally established in the field of being bleibt er gefestigt im feld des seins ganz wichtig während er denkt ja also simultan wieder beides ja this is the art of being in the field of thought ja das ist die kunst des denkens im bereich des seins im bereich des gedankens des denkens ja so das ist wichtig dass eben beides zusammen kommt ja das kennst du ja 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 aber wir haben das so oft erfahren dass menschen sagen du kannst ja nur entweder das oder das haben ja und dem wird hier deutlich widersprochen ja es ist beides gleichzeitig ja willst du noch mal wiederholen so ganz mit deinen eigenen worden ja ich will jetzt eine andere stelle dazu noch sagen auch wo nämlich jetzt darauf eingegangen wird wie das passiert wie diese zusammenkommt ja 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 sagen wir vielleicht die seinen zahlen also seite 60 ist das ja how to live being wie man das das sein lebt ja wie das also lebendig wird ja also noch mal ne seite 61 wenn der conscious mind transcends and attains the state of being also wenn der bewusste geist transzendiert ja und in den zustand des seins kommt ja it becomes being completely dann wird er vollständig zum sein also der geist wird zum sein ganz wichtig ja der mind loses its individuality also der verliert seine individualität seine seine eigenheit seine individualität individualität ja ja and becomes cosmic mind er wird zum kosmischen geist ja ok sehr schön ja it becomes omnipresent er wird also altgegenwärtig der geist and gains pure eternal existence und erlangt reine ewige existenz sehr schön ja also es ist nicht dass der geist das nur kontaktiert sondern er wird dazu ja er wird das sein er wird das er wird das ja 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 in der state of the transcendent it has no capacity for experience also er kann da keine erfahrung machen ja in der sehr transzendenten zustand ja hier the mind does not exist it becomes existence also er existiert nicht als geist sondern er wird zur existenz ja 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 wenn der mind returns to the field of relative life wenn er dann wieder zurückkehrt zum bereich des relativen lebens ja it regains individualität dann bekommt er individualität wieder zurück but retains some of the great unbounded universal status which it had attained aber er behält etwas von dem großen unbegrenzten universalen status den er erlangt hat ja ja wird wieder zur individualität aber behält noch was davon ja ja also mit der übung kann er mehr und mehr davon behalten im täglichen leben sagen wir uns zu der übung die übung ist das kommt jetzt erklärt er jetzt genau ja ja sehr gut also mit dieser übung mit diesem transzendieren und diesem zurückgehen in die in die aktivität ja ja generally speaking any engagement of the mind in the field of activity is a strain allgemein gesprochen ist jede gedanken aktivität eine anstrengung ja in der ja on the essential nature of the mind which is pure being ist eine anstrengung gegenüber dieser tatsächlichen natur des geistes als reines sein ja 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 but jedoch if the mind engages itself in the activity wenn sich der geist in der aktivität in an easy relaxed simple and natural manner und das ist ganz wichtig in einer leichten entspannten einfachen natürlichen weise ja verhält ja the infusion of being into its nature becomes easier das heißt wenn die aktivität nach so einer meditation diese eigenschaft hat und das ist ganz wichtig ja easy leicht ja entspannt einfach natürlich ja nicht anstrengend die aktivität danach darf nicht anstrengend sein die muss locker sein easy und wenn das so ist ja the infusion of being into its nature becomes easier dann wird das einströmen des seins in die natur des geistes vereinfacht also auch schneller ja und das ist ein wichtiger punkt wir haben uns ja oft überlegt warum menschen so lange meditieren und noch nicht kosmisches bewusstsein haben richtig das ist der punkt ja sehr gut das ist der punkt ja wie gehst du in die aktivität rein ja ja da 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 ist der schalter ja und das sagt jetzt dem if on the other hand auf der anderen seite also wenn man es nicht so macht the mind is strained during activity wenn er sich also anstrengt während der aktivität the infusion of being is less effective dann fließt weniger sein in den geist ein ja das heißt du kommst nicht so schnell dahinter durch ja when it is brought out the depth of color is not as great as it appeared to be while the clothes was in the dye also wenn er dann raus kommt das ist wie mit dem durchfarben ah das so Tuch kommt in die in die Färbelösung ja in die Farbe wird rausgezogen wenn es rausgezogen wird dann ist die Intensität der Farbe schon mal weniger schon mal beim rausziehen ja das ist der erste Punkt ja das erscheint gelber als wenn du es raus ziehst ja ja das ist klar das ist jetzt das Beispiel ja wenn das Tuch jetzt eine Zeit lang in den Schatten gelegt wird also nicht in die pralle Sonne ja und damit meint er eben eine einfache Aktivität ja ja und wenn in der prallen Sonne wäre anstrengende Aktivität ja sehr gut ja if the gloss is put in the shade for a time the color fades further dann bleicht die Farbe weiter aus ja if the gloss is placed in the sunlight it is found that the color fades even more rapidly wenn es also in die Sonne gelegt wird dann bleicht die Farbe schneller aus ja ja und da macht er einen Unterschied ja ob du jetzt das ist der Unterschied ob du die leichte anstrengungslose Aktivität machst ja oder die anstrengende oder die anstrengende ja mit der anstrengenden ist diese diese Integration nicht so schnell zu erreichen ja sonst bringt er wieder einen Vergleich also beziehungsweise der Vergleich ist beendet jetzt kommt was er damit sagen will likewise so ist es ähnlich when the mind reaches the transcendental state of being it becomes pure being also wenn der Geist den transcendenten Zustand des Seins erreicht wird er reines Seins das ist also so wie wenn das Tuch in der Farbe drin ist ja if it is put to activity in a normal and natural manner ja wenn es in einer normalen natürlichen Weise die Aktivität kommt ja also nicht in der anstrengenden Weise when it emerges from the transcendent the infusion of nature of being is retained for some time dann wird die Natur des Seins aufrechterhalten ja also er sagt sogar im anderen Fall wird die gar nicht aufrechterhalten wenn der in anstrengende Aktivität geht ja but if the mind das sagt jetzt if the mind is trained in activity then the effect of the infusion is soon lost da wird die schnell wieder verloren ja aber wenn der Geist nicht trainiert ist wenn er sich anstrengt ja wenn er sich anstrengt ja ja therefore it is very important das unterstreicht er nochmal sehr wichtig mhm ja thus we find that the regular practice of transcendental meditation together with natural unrestrained activity in life is a shortcut to the creation of the state of consciousness where absolute being and the relative field of life are lived simultaneously and the one is not a barrier to the other ja das heißt also die Meditation zusammen mit der natürlichen anstrengungslosen Aktivität ist eine Abkürzung um den Zustand des Seins zusammen mit dem Leben im Relativen zusammen zu bringen ja das ist die Abkürzung aber Betonung auf natürliche ohne Anstrengung ja ganz schön ja this is the state of cosmic consciousness das ist der Zustand des kosmischen Gewusstseins in which absolute being is lived together with all the values of relative life ja wunderbar wo das absolute Sein zusammen mit allen Relativen gelebt wird ja sehr schön das ist und das wollte ich jetzt dir nochmal hervorheben als Geburtstagsgeschenk ja du verstehst das ja alles ja ja aber immer wieder trotzdem beleben und auch irgendwo wieder neu ja und das ist eben auch als Video deswegen weil es viele vielleicht das überlesen haben ja das ist die Abkürzung zum kosmischen Bewusstsein ja wir können ja nochmal eine kurze Zusammenfassung machen von dem was wir jetzt gerade gehört haben ja möchtest du das machen oder soll ich das machen oder wie du das oder zusammen ja machst du das Shortcut in der kurzen Form ist wir müssen mit unserem Denken mit unserem Geist unserem Geist der entsteht durch unser Denken so kann man sagen unser Geist dadurch das Gedanken aufkommen entsteht unser individueller Geist nicht der identifiziert sich damit und jetzt müssen wir wenn wir in diesen Zustand von nicht denken kommen und wie das hier so schön ausgedrückt wurde wenn wir jetzt in den Zustand von nicht denken kommen das heißt wir transzendieren unsere Gedanken dann wandelt sich unser individueller Geist um in das Sein er transformiert sich vom Denken so nicht so wo die Gedanken alle ablaufen wir kommen also in einen gedankenlosen Zustand und automatisch wird unser Geist zum kosmischen Geist transformiert in den kosmischen Geist ja unendlich ewig ja und das Sein unser Geist ist denn das Sein nicht wie das hier auskommt ist das Sein ist das Sein und dieses Sein ist ewig unendlich überall alles durchbringend überall allgegenwärtig das heißt wir erfahren eine völlige Transformation wenn wir unseren begrenzten Geist zum Sein werden lassen genau und da ihn zum kosmischen Geist erblühen lassen in diese Unendlichkeit und da lassen wir die Individualität zurück ja diese Individualität das ist auch ein ganz wie ich sage das ruhig ja die Individualität entsteht ja dadurch dass wir uns mit den Objekten identifizieren wodurch unser Geist entsteht unser Geist der kleine Geist entsteht dadurch da sind Objekte und da identifiziert sich der Geist und dann ist das unser begrenzter kleiner Geist und jetzt beginnen wir das umgekehrt zu machen dass wir aus diesen Begrenzungen rausgehen gehen wieder zurück in die Transzendenz in diese Unbegrenztheit wo das Sein ist und dann ist unser kleiner Geist der große Sein das große Sein gewonnen oder unser der große Geist gewonnen genau der reine Geist und die Individualität ist zurückgelassen im ersten Schritt und dann im nächsten Schritt das ist so wie das Eintauchen in die Farbe ja und im nächsten Schritt wird das jetzt wieder rausgezogen richtig und es wird von diesen unbegrenzten Geist eine Qualität mitgenommen in die Individualität rein sehr schön und das auch dieses das ist easy nicht dass es leicht gehen soll die Aktivität nicht das wurde ja gesagt wenn das Tuch jetzt im Schatten ist nicht das ist eine geringe Aktivität und das ist und wenn man es in die Sonne legt das ist eine stärkere Aktivität und wenn wir das jetzt so machen wir kommen raus aus dem Sein so aus dieser Transzendenz mit unseren und kommen dann in unseren individuellen Geist wieder nicht kommen in unseren individuellen Geist wenn die Aktivität nicht zu groß ist dann kann dieses Sein was wir jetzt mitnehmen in die Aktivität behalten werden es geht uns nicht gleich wieder verloren ja also ganz wichtiger Punkt weil viele Leute und ihr erfahrt das auch und das merke ich auch immer an den vielen Fragen und so wie schaffe ich das denn dass diese Transzendenz oder dieses Sein jetzt nicht wieder verloren geht also der ganz wichtige Punkt ist das zu verstehen dass wir erstmal aus dem ganzen Denken kommen müssen wir können das Sein die Transzendenz nicht erlangen auf der Ebene des Denkens ja nicht also wir müssen aus unserem ganzen Denken rauskommen ja es geht nicht dass man denkt auch jetzt will ich mal Stille haben und das ist auch Gedanke Stille jetzt möchte ich mal ganz ohne Gedanken sein jetzt möchte ich mal einfach das Sein realisieren mit Gedanken das geht nicht ja das stimmt Bernhard ja genau das ja das geht absolut nicht also du musst also um wirklich sagen wir mal auch dieses Ziel der Erleuchtung nicht wir möchten Erleuchtung haben oder wir möchten erwachen das geht nur und das kam aus diesem Vers aus der Wissenschaft von Sein den Heinz ja so toll in beiden Sprachen gebracht hat nicht in Deutsch und Englisch ähm kam es ganz deutlich daraus hervor wir müssen aus jeglichem Denken raus also wir können also wir können den Zustand des Seins nicht erreichen durchs Denken weil weil das Sein jenseits von jedem Denken ist ja aber jetzt wir wollen ja jetzt den Zustand haben dass wir denken können dass wir denken und dass wir gleichzeitig auch die Stille vom Sein haben genau beides nicht dass wir es integrieren ja dass sie integrieren und das ist jetzt dieser Vorgang der jetzt auch ganz schön beschrieben wurde nicht mit diesem mit dem Tuch auch so das Eintauchen das wieder raus bringen in die Sonne bleicht aus das heißt nein nicht in die Sonne erstmal den Schatten wenn du es in die Sonne bringst dann geht es gleich wieder weg dann geht es gleich wieder weg ja also lang du musst das das ist das Wichtige und das wollte ich betonen ja mach es nochmal dass diese was was Bernhard hier auch schreibt ja das ist diese einfache Aktivität ja die etabliert das ganz schnell ja das ist die Abkürzung aber wenn du dich dann anstrengst wieder richtig sehr gut die alten Gewohnheiten wieder ja dann blockierst du das ja also wir müssen einen sanften Übergang haben jetzt nicht von der von der Stille sagen wir die Stille der Begriff ist ja mehr bekannt Stille ja oder wie zu sagen Transzendenz oder Sein nicht ja um das Sein nicht wieder zu verlieren deshalb ist es immer notwendig gerade am Anfang dass die Aktivität nicht so grob ist das ist die verfeinderte Aktivität und dadurch bringen wir mehr und mehr das Sein mit in die Aktivität das heißt wir verlieren es nicht so ist es ja nicht und das ist die Kunst das ist die Kunst ja und deshalb ist dieses das ist so ein Weg nicht so ein Vorgang der passiert in uns dass wir eintauchen und dann wieder auftauchen kommen wieder in die Individualität und bringen ja das Sein mit rein in unsere Individualität das heißt wir behalten diese kosmische Ebene gleichzeitig in dem wir aktiv werden ja 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 der Bernhard schreibt hier was schönes dazu ja diesmal vor früher dachte ich ich werde immer dümmer weil ich oft eigentlich gar nicht mehr denke sondern nur aus der Stille spontan agiere ja und wundere mich was das ist und das ist genau das ganz schön ganz schön das ist genau das dieses einfache spontane Denken in diesem Seinszustand Bernhard ganz toll dieses dümmer werden das ist so weil dieses Denken hört ja alles auf nicht so Denken so und dann dieses Ändern so ich würde sagen es hört nicht auf sondern diese Art anstrengend zu denken hört auf ja ja das sind ja immer noch Gedanken die da sind aber die sind ganz spontan dann ja sag mal so am Anfang wird es schon so sein so wenn wir eintauchen in die Transzendenz dass wir so merken oh die Gedanken das ganze wehe war hört mal auf so wird weniger wird weniger 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 und dann und dann kommen wir ja in diesen Zustand wo wir nichts mehr tun und transzendieren wo wir ins Sein gehen und jetzt kommen wir wieder raus und dann merken wir wir können ruhig Gedanken haben und dann merken wir das ganze Wirrwarr so das Kreuz und Quer so und diese Ungeordnete halt diese Turbulenzen die wir in unserem Breen haben unsere Gedanken haben die haben wir dann nicht denn aber dann sind Gedanken die geordnet sind ja und das kommt durch den Einfluss des Seins das ist das Sein genau das ordnet dieses Denken dann ja genau und macht es einfach ja wenige Gedanken starke Gedanken ja und dann kommen die Gedanken die gebraucht werden ja wir müssen nicht tausend Gedanken haben um irgendein Projekt zu erfüllen vielleicht reichen zwei drei Gedanken aus nicht und die kommen dann und dadurch sparen wir unendlich viel Energie nicht ja oder schreibt der Bernd noch mehr da oder so die anderen noch was anderes ja ja er sagte schön sagt er vorher jetzt weiß ich warum ich nie im Leben wirklich gearbeitet habe sondern immer nur das gemacht habe wo ich mich ganz natürlich hingezogen fühlte sehr schön ja ja und als TM-Lehrer habe ich immer mehr das Gefühl dass ich eigentlich die Leute bezahlen müsste für das was ich bekomme nicht umgekehrt ja das sagt man ja so der Lehrer bekommt mehr als die Schüler nicht weil der Lehrer entfaltet sich in seinem Wissen was in ihm aufkommt das ist ja die Essenz nicht die Essenz das ist ja das Sein und wenn Lehrer spricht und dann so auch ruhig ist und schon viel transzendiert hat dann bringt er ja diese Stille das Sein so ins Leben so das wird so lively und dadurch lebt der Lehrer nicht und dadurch lebt ihr auch nicht und dadurch können wir erst wirklich leben ja das Leben kann ja erst sein wenn das Sein im Leben mit enthalten ist nicht sonst kann man gar nicht leben sonst bist du wie ein Blatt im Wind so und hast diese tausend Gedanken kommst gar nicht zur Ruhe weil du nicht verbunden bist mit dir nicht und deshalb das ist was ich auch merke in Facebook ganz viel dass immer Leute versuchen über die Gedanken in die Stille zu kommen oder über die Gedanken in die Sein zu kommen und meinen sie haben das Sein denn solange du nicht das Sein konkret erfährst in dir selbst wo anfangs nur Sein ist wo keine Gedanken sind und und dann später dass dieses Sein mit in die Trans in die Relativität gebracht wird wenn du diese Erfahrung nicht hast du bist nur in den Gedanken dann kann man das Sein nicht realisieren in der Form wo das jetzt in der Wissenschaft beschrieben ist wie der Heinz das ganz gut ausgedrückt hat so nicht wieder gegeben hat nicht von Marici das Wissen nicht und das ist eine ganz konkrete Erfahrung das ist nicht jetzt so dass wir uns das auch ausdenken sondern das leben wir ja auch nicht und das ist und darum geht es das zu leben nicht denken über Stille Transzendenz und all das was wir erreichen können und so sondern in die Praxis gehen genau das wie es jetzt beschrieben ist mit dem Tuch nicht Sein werden mit unserem Geist Sein und dann raus in die Aktivität und immer mehr dieses Sein in die Aktivität bringt und dann haben wir das kosmische Bewusstsein wo das eine dann kann auch ganz grobe Aktivität dann kannst du auch die Sonne haben kannst ganz grobe Aktivitäten haben wo das Sein dann nicht mehr überschattet wird ja aber das sagt Marisch eben das soll man nicht so machen ja am Anfang ja gut bist du das kosmische Bewusstsein etabliert ja ich spreche ja vom kosmischen Bewusstsein ja ja aber das will ich auch noch als Anregung für Bernhard sagen ja und andere TM Lehrer wenn ihr darauf achtet dass auf diesen Punkt dass diese Aktivität anstrengungslos ist danach ja dann helft ihr euren Leuten dass sie schneller in dieses kosmische Bewusstsein kommen ja ist ganz wichtig ja und immer das Wissen dazu nicht so wie wir das jetzt auch machen nicht immer das Wissen dieses Verständnis so wenn wir das Verständnis haben so mit dem Tuch so nicht und dann auch das ist dann dieses Sein damit in die Aktivität gebracht wird und wir machen die Erfahrung da können wir sofort darauf reflektieren boah das hab ich ja das ist es ja ganz wunderbar ja und wir haben heute auch ganz wir beide haben jetzt so unter uns auch so ganz viel über diesen Punkt gesprochen so wo die Welle nicht so einfach so vielleicht kannst du nochmal zeigen die Stelle wo die Welle bis unten an diesen Punkt der Transzendenz geht das heißt die Relativität nicht so ja ja also das ist wichtig hier wo die ja genau dass man jetzt nicht nur den oberen Teil der Welle anschaut ja genau die Aktivität ja sondern dass die Welle bis an den Grund des Ozeans geht ja ja und an dem Punkt verbindet sich die Aktivität mit der Stille so ist es ja und das ist ein ganz wichtiger Punkt weil da wird das kosmische Bewusstsein realisiert genau das ist jetzt da hast du beides gleichzeitig das gibt es in der Bhagavad Gita wo beschrieben wird wie die Lampe in der Tür nicht die scheint hier hin und dahin nach innen und außen nach innen und außen und das ist dieser Punkt wo die Relativität sozusagen in einem Punkt erfahren wird und gleichermaßen ist diese Stille vom Sein auch in diesem Punkt und dann hast du beides zur selben Zeit Aktivität und Stille ja und das ist auch wichtig das haben viele nicht verstanden auch von unseren Facebook-Freunden die dann sagen du musst das Denken ganz abschalten sonst kann es nicht im Sein sein ne die haben diese Integration nicht verstanden wir müssen gar nichts machen das ist ja der Klo bei der ganzen Sache wir müssen gar nichts abschalten versucht bloß nicht eure Gedanken abzuschalten und sagt boah ich muss jetzt nicht sein oder so ich darf nicht mehr denken ne der Vorgang ist doch ein ganz anderer wir transzendieren unsere Gedanken wir versuchen nicht Gedanken dass wir weniger denken oder dass wir anders denken oder dass wir anders sein müssen nein wir leben das was wir leben können aufgrund unseres Bewusstseins und dann fangen wir an und transzendieren direkt wie es bei der transzendalen Meditation der Fall ist transzendieren das ganze was hier so abläuft und dann kommen wir in das Sein und dann erfahren wir mehr und mehr was ich jetzt schon zwei drei mal gesagt habe erfahren wir immer mehr dass dieses Sein stabilisiert wird auch in unserem Denken unserem Sprechen unserem Hören Fühlen und so alles und dann erfahren wir dass das dieser Punkt ist der einmal die Unendigkeit enthält er ist die Unendigkeit und gleichzeitig ist er der Punkt für die Welt der Erscheinungen wo alles sozusagen die ganzen Form und so alles in diesem Punkt ist und das ist auch der Punkt wovon wir sprechen oder aus dem wir sprechen dann nicht also wie bei der Spiegelreflexkamera wo das ganze Bild auf den einen Spiegel zusammenkommt ja oder in der Linse dann ist es ein einziger Punkt wo alle Strahlen in den einen Punkt sind alle Strahlen in einen Punkt alle Strahlen in einen Punkt ja und die fächern sich dann wieder auf und ergeben das Bild ja so ist das ganz schön habt ihr da Fragen oder so? freuen uns dass ihr alle da seid ganz lieben Dank und ich denke wenn wir dann noch ein bisschen darauf reflektieren wir können das auch nochmal wiederholen so das ist auch notwendig dass man sich das immer wieder vorstellt oder sagen wir mal es versucht zu verstehen und auch verstehen vor allen Dingen verstehen können wir das eigentlich wirklich nur richtig wenn wir das erfahren in uns nicht wenn wir die Welt der Erscheinung transzendieren das Sein erkennen dass unser Geist der kleine Geist plötzlich das Sein ist die Rosmarie schreibt noch Transzendenz ist gleich Sein ist gleich Liebe ja das ist auch ein guter Ausdruck ganz schön ist gleich Liebe nicht wonach wir uns alle sehen wir suchen überall die Liebe 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 und die Liebe ist nur im Sein also die wahre Liebe nicht und alles andere das kann man auf alles beziehen man kann das auf die Intelligenz beziehen alles alles andere was außerhalb vom Sein ist das ist ein Abklatsch ein Abglanz vom Sein nicht ist aber deshalb das höchste und schönste Heinz sagte gerade du Peter du hast doch heute Geburtstag wollen wir dir jetzt jetzt die Zeit vergeuden hier im Video oder so können wir nicht besser was anderes machen sag ich nee das ist doch das schönste Geschenk das ist für mich das schönste Geschenk sich in dieser Stille wo die Liebe ist wo die Freude ist wo der größte Bliss ist mit diesem Wissen mit diesem Wissen sich zu beschäftigen und auch in diesem Punkt euch zu begegnen nicht genau und da ist meine Geburtstagsfeier ich glaube das war es denn oder möchtest du noch was sagen zum Schluss das ist eine super Abgrund ganz lieben Dank für den Heinz für das schöne großartige Geburtstagsgeschenk alles Gute und ich bei euch ganz lieben Dank und so und auch für eure lieben Briefe und Notes und so privat persönlichen Notes und so und Beiträge in Facebook habe ich über alles sehr gefreut möchte ich mich gleichzeitig hiermit bedanken freue mich dass ihr alle da seid und dass wir gemeinsam weiter wachsen in unserer Revolution in unserer Entwicklung dass wir wirklich das wovon wir immer sprechen dass jeder das in sich selbst realisiert und verwirklicht und wirklich in der Liebe ist nun J Gute J Gute J Gute J Gute J Gute